Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen kleine Runde Minecraft Minigames hier ist immer diesmal mit ner Runde so Wifel Games und ich hab meinen kleinen Bruder neben mir so, ja ich hab mal gedacht, komm, wir müssen uns mal ner Runde prügeln und, naja, dann geht los nein, ich hab ein Gold, ok, ich hab ein Gold nein, er hofft mich zu hauen, du Wichser ja, danke alter dann punch ich mich einfach was ist denn los mit dir, bist du behindert? ich hab noch Rüstung nee, ich hab Gold der rennt mir einfach hinterher, was? ich wette der rennt mir hinterher, was? Tiefen mit der ja, der Nutte eh zum abhauen Slugs mit dem eh uh, ja, tschüss und durch rushen ahhh nee, gar nix das der Führer Hälfte Ach so ja das ist das ist vom Texteffekt ist die Sonne das ist die Sonne so gut das ist die keine Drohne mehr da ich hab's verkackt ich lebe doch das sind ja gut ich hoffe zu tun noch vierzehn Leute überlebt höh abgliedert er wird schon geklappt wer da auf der Köln und die Ecke stellen bei so weitergehen zu tun das geht hier die lefakel ja aber ich hätte gern welche mit dem richtigen Anima zu und die Anima zu die scheiße so gucken was für ein mod das ist das ist ein Grafik und das der die Anwaltungen von Fangen müssen schön aussehen lässt Schuster ist nicht toll so Albon so hier ich hätte gern mal eine Kiste nicht mehr hart looten kann so wie schieflich Apple rauskriegt Apples und Schüsse iPhone aus Bau geklutscht die Flüchtlinge Lutz drin Orson ich bin nicht da geht weg ich bin nicht da und Köln Uw Akko Gold Rüstow und Beike Portato so so genau wo ist das so Bottle of XP so war schon fast eine komplette Gold Rüstung weiß ich nicht ja doch doch gibt's das ist äh ja aber ja selten ich seh's ja TNT Bitches Leather Boots Leather 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 ich muss bis zu vorsichtig sein weil so so auf die Stuttgart da die Hauptstadt da hat er verkrackt das wird aus Prozent zu legen so ich schreitere kurz zu sehen direkt bei der Neunrunde Prozent schnell verkloppt und schnitzelung Sachs von anderen ich will ich gleich mit Kürze Wiesbeer schlussend zu scheiße für auf dieses ist ungefähr wo ihr was steht die zusätzlich dass man mit auch kisten sind die uns umruf er was zu erraschen ist er steht auf der gleichen stelle gott haben brutal 1 hell durch schwarzes direkt hin in der wald und gut gut und gut gestellten Störer Karlsrufe Komma A Bersenbatter Fekte Sturm Fekte schreck schmacht die Schmerz schloss aber auch kräftig Kettobt XR ich noch die Spitzblatt 8 zwei Meter Auropro jetzt bleibt stehen Arschkoppel und zwar nicht verblübt und so oder so doch abholen ich jag den jetzt den Drecksack krieg ich jo der hackt der Drecksack bleib stehen du Penner ja der ist einfach geflohr der Sack dreckischer Hacker du bleib stehen wieso ist er so schnell alle plöder Penner du wo greift mich an mit deinem scheiß fick dich doch so leute was dann leicht gefällt der heutigen Runde meines Minigames aber ihr wisst ja ich bin jetzt so der Survival Games Tübi Tübi aber das kommt stimmt nur wenn man das mal ein bisschen öfter zockt Action Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.